Hast du genug von deiner alten langweiligen Garderobe, in der nichts richtig zusammenpasst und du möchtest deinen Kleiderschrank mit ein paar Pieces versehen, die zeitlos, vielseitig und vor allen Dingen cool sind, dann ist dieses Video hier genau richtig für dich, denn ich stelle dir die besten Marken vor, um ein cooles Style-Fundament in deiner Garderobe zu legen. Fangen wir mit Weekday an und Weekday würde ich als minimalistisches Streetwear-Brand beschreiben mit einem grungigen Twist, also leichte Grunge-Elemente in ihrem Style. Weekday hat in der Regel sehr gute Qualität, was das Material der Kleidung angeht, außerdem sehr interessante Schnitte und die Kleidung sieht vor allen Dingen für den Preis ziemlich hochwertig aus. Die Kleidungsstücke dieser Marke lassen sich ganz easy in jedermanns Kleiderschrank einfügen, also egal wie dein Kleiderschrank aktuell aussieht und die einzelnen Pieces lassen sich easy up- oder down-dressen, up- oder downgraden, das bedeutet sowohl zu eleganteren Outfits tragen, als auch zu eher lässigen Outfits. Es gibt einige Sachen bei dieser Brand, die für mich persönlich ein bisschen zu exzentrisch sind, aber ich finde es auch immer gut, wenn Brands eine leichte Mischung in ihrem Sortiment haben, wenn man mal was Ausgefalleneres haben möchte, ist man da auch gut bedient. Auf jeden Fall ist Weekday eine Top-Einsteigermarke, wenn es darum geht, neue Klamotten zu holen und sich seinen Kleiderschrank aufzubauen und für den Preis, was die Preis-Leistung angeht, wird man kaum was Besseres finden. Abercrombie & Fitch ist die nächste Marke auf dieser Liste und ist wahrscheinlich eine Marke, die viele von euch schon einmal gehört haben. Die Marke ist wegen einiger Medienskandale für einige Zeit sehr in Verrufung geraten, hatte aber vor allen Dingen im Jahr 2023 beispielsweise ein sehr starkes Comeback. Die Marke bietet absolut alles, also von ganz einfachen Essential Staple Pieces bis hin zu trendbewussteren, trendigen Kleidungsstücken ist einfach alles dabei und von daher ist diese Marke wirklich ideal, um sich eine gute Männergarderobe aufzubauen. Vor allem auch Leute, die auf diesem Quite-Luxury-Stil stehen, also mit beispielsweise schönen Polohemden, Leinhemden, Leinhosen, werden bei dieser Marke voll auf ihre Kosten kommen. Deshalb auf jeden Fall eine super Marke, wenn du nach guter Qualität und guten Styles suchst. Auf Platz 3 haben wir COS und COS ist eine bisschen erwachsenere Version von Weekday. Die Marke, genauso wie auch eine andere Marke, die nachher noch kommt, gehört alle zu der H&M-Gruppe, also ist alles vom selben Unternehmen, aber die Styles und die Brand-Identität unterscheidet sich jeweils ein bisschen. Die Marke COS fokussiert sich vor allen Dingen auf neutrale Farben in ihrem Style, was dafür sorgt, dass ihr euch easy eine vielseitige Garderobe aufbauen könnt und außerdem einzelne Kleidungsstücke, die ihr euch dazukauft von dieser Marke, ganz easy in euren bestehenden Kleiderschrank integrieren könnt. Einige der Kleidungsstücke bei COS sind eher im mittleren oder höheren Segment. Es gibt beispielsweise auch Lederjacken, die 1000 Euro kosten, das meiste liegt aber eher im mittleren Segment und vor allen Dingen, was die Qualität angeht für den Preis, ist es einfach wirklich eine Topmarke. Der Kleidungsstil selbst ist bei COS eher simpel gehalten, aber vor allen Dingen durch die Schnitte und das Material und die Form der Kleidung hat das Ganze einen sehr hochwertigen Look und sorgt dafür, dass sie auf positive Art und Weise aus der Masse heraussteigt. Uniqlo ist eine Marke, die extrem gute Qualität hat, für verhältnismäßig wirklich sehr wenig Geld und hat sowohl sehr trendbewusste Pieces als auch sehr zeitlose Kleidungsstücke und absolute Basics in der Garderobe, die perfekt sind, um ein Fundament für seine Garderobe zu legen. Gefühlt die Hälfte meiner T-Shirts sind von Uniqlo. Ich hole mir einfach immer ganz viele schwarze und weiße Shirts oder auch graue Shirts meinetwegen zum Drunterziehen unter eine Jacke oder unter einen Pulli. Ich habe Thermounterwäsche von Uniqlo, ich habe Mäntel von Uniqlo und alles von diesen Dingen hält einfach extrem lange und es geht einfach sehr selten was kaputt und es ist halt einfach wirklich eine gute Qualität, die die Marke hat. Der Stil von der Marke Uniqlo ist weniger mein eigener Stil als beispielsweise von COS oder von Weekday. Also mein persönlicher Stil ist halt eher COS oder Weekday beispielsweise, aber trotzdem werdet ihr für den Preis selten so gute Marken finden und bei Uniqlo gibt es immer mal wieder coole Klamotten, die man findet, die man ganz easy in seine Garderobe implementieren kann. Arquette ist die letzte Marke auf der Liste und Arquette gehört ebenso wie COS und Weekday zur H&M Gruppe und Arquette ist, wenn man die drei nebeneinander stellt, ist Weekday ungefähr so die Marke, die sehr trendbewusst ist. Die richtet sich auch eher an ein jüngeres Publikum. COS ist genauso wie Arquette ungefähr auf einem Level, was die Zielgruppe angeht. Allerdings ist COS ein bisschen mehr edgy. Die Schnitte sind manchmal ein bisschen verrückter oder die Leute gehen einfach ein bisschen mehr aus dem normalen Style-Horizont heraus und deswegen hast du halt verrücktere Silhouetten und ein bisschen krassere Schnitte bei COS, während Arquette so ein bisschen langweiliger ist. Es ist geleckter und das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Wie gesagt, alle drei Marken sind wirklich, wirklich top. Auch die Qualität bei Arquette ist extrem gut. Also du bekommst hier für 60 bis 80 Euro Hosen, die einfach extrem gut geschnitten sind, extrem gut verarbeitet sind und wirklich eine lange Zeit halten, bei denen du vielleicht bei anderen Marken locker um die, also über 100 Euro bezahlt hast, ist easy. Deswegen auch hier Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt absolut. Und vor allen Dingen, wenn man es mit Marken vergleicht, die in einem ähnlichen Preissegment sind, dann bekommt man einfach hier für sein Geld extrem viel geboten. Das war's mit dem Video. Mit den Marken, die ich dir empfehle, wenn du dir ein gutes Fundament für deine Garderobe zurechtlegen möchtest oder auch, wenn du deine Garderobe einfach erweitern möchtest und ein paar coole Pieces, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und hinterlass mir auch gerne Feedback, was du dir für Videos wünschst oder was du für bestimmte Themen dir wünschst. Und wenn du dir jetzt denkst, hey, Style-Fundament schön und gut, aber genau da hapert's bei mir. Ich versuche mir immer eine gute Grundlage zurechtzulegen für meine Klamotten. Ich versuche mir immer gute Outfits zusammenzustellen. Aber es klappt einfach nie. Ich fühle mich nicht selbstbewusst in meiner Kleidung. Ich bekomme keine Komplimente von Leuten. Ich bekomme auch nicht die Aufmerksamkeit von Frauen vielleicht, die ich mir wünsche. Dann kann ich dir dabei helfen, denn ich bin Style-Coach und mit meinen Teilnehmern mache ich genau das. Je nach Style-Level bauen wir denen entweder eine gute Grundlage für die Garderobe auf oder aber wir erweitern die Garderobe einfach komplett. In jedem Fall werden wir dafür sorgen, dass du coole Klamotten hast, in denen du dich selbstbewusst fühlst und mit denen du aus der Masse herausstechst, Komplimente von Leuten bekommst, mehr Aufmerksamkeit von Frauen bekommst und dich einfach extrem gut fühlst. Mit dabei ist außerdem auch immer noch eine Fotosession mit deinen neuen Outfits, also dass du auch coole Bilder hast für Social Media, für dein WhatsApp-Profil beispielsweise, aber auch für Online-Dating-Plattformen, hin ständer Bumble. Wenn du an all dem Interesse hast, dann trag dich gerne unten ein. Ich werde dir ein Kontaktformular in der Beschreibung und im Kommentarbereich verlinken. Dort findest du ein Kontaktformular auf meiner Website, kannst dich dort eintragen mit deinem Namen, deiner Telefonnummer und einer kurzen Nachricht an mich. Ich schaue mir das Ganze durch, melde mich innerhalb der nächsten Tage bei dir zurück. Wir schauen einmal, wo du styltechnisch aktuell stehst, wo du styltechnisch hin möchtest, was genau man verändern kann und wer weiß, wenn alles von beiden Seiten passt, sind wir vielleicht auch bald persönlich zusammen unterwegs, bring dein Style auf das nächste Level. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!